Du hast ein Blind Date mit einem Mädchen namens Ariane. Dies ist ihr Haus. Sie erwartet dich. Herzlich Willkommen zu einem neuen Display auf dem Kanal. Ich habe dieses Spiel gesehen bei, ich weiß nicht wie ihr Name war, der Freundin vom Cinnamon Toast auf seinem Kanal, weil ich ihm Folge habe. Es ist ein Dating Spiel. Wir sollen uns wohl Ariane klar machen. Es ist in einem sehr seltsamen Format, so gar nicht mehr zeitgemäß. Und Ariane freut sich, dass wir da sind und stellt sich vor, mein Name ist Ariane. Es ist sehr schön, dass sie ein Blind Date direkt zu sich nach Hause einlädt. Komm doch rein. Komm, wir lernen uns ein bisschen besser kennen. So, wir können ihr jetzt ein Kompliment geben darüber, wie sie aussieht. Wir können irgendwas total Schlaues sagen. Wir können irgendwas total Lustiges sagen. Und wir können sie umarmen. Ich glaube, ich sage mal was Lustiges. Was? Das habe ich gar nicht gesagt. Äh, irgendein Vieh, denke ich mal. Entschuldigung, bewegt sich gerade oder will gerade in ihrem BH springen. Hä? War das so ein Vieh jetzt? Okay. Ah, du hast einen total großartigen Sinn für Humor. Meine Übersetzung heute ist wieder wunderbar. Sag ihm was Nettes über mich. Hm, sie macht das mit dem BH. Soll ich sie schon küssen? Nein. Äh, wir werden ihr, ähm, ein Pum vorlesen. So, The Book of Pums in the name next to you. Ah, okay. Sie hat ein Buch da liegen. Das heißt, wir können ihr einfach daraus vorlesen. Wir müssen uns nicht mal selbst die Mühe machen. Hm, okay. Ähm. Ich glaube, ich nehme einfach mal das Erste. Sie lacht? Okay. Ja. Ich möchte nicht alles übersetzen. Entschuldigung. Ja. Ja. Ah, das ist Shakespeare, oder? Ja, ist es. Ah, du bist auf jeden Fall ein Gentleman. Also, was sollen wir heute nach machen, Ariane? Du bist mein Gast. Ich lasse dich entscheiden. Ausziehen! Nein. Okay. Äh, hier stand, hier stand gerade was von Musik. Jetzt muss ich wahrscheinlich Musik darunter legen, weil hier ist gerade kein... Oh, warte mal her. Turn on Musik. Also, was sollen wir tun? Turn on some music. Ich sehe ein, äh, portables Stereogerät. Ähm, 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 what do you say, Duele? Sollen wir ein bisschen tanzen? Oh ja, das ist tanzen. Wozu sollen wir tanzen? Ich glaube, ich nehme mal romantic. Uh. Wir tanzen. Oh, es ist so schön. Wir können sie jetzt küssen, während wir mit ihr tanzen. Wir können... Oh, wir können ihren Nacken küssen. Wir können die Musik ändern. Wir können zurück zur Couch. Warum das denn? Oder eben woanders hingehen. Ist ja jetzt, äh, ich weiß, so Datingschweben ja ganz vorsichtig. Aber Ariane sagt, oh, mein anderer, der am Sommer tanzt. Sag nichts. Halt mich einfach. Halt mich einfach. Oh. Keep your lips above the neckline piece. Oh, verdammt. Bis. Was? Ihre Nippel gucken raus. Ich dachte, es ist eine Einladung. Das war schon. Okay. Wir haben es schiefen. Nicht? Start. Das machen wir nochmal. Die Musik läuft noch. Hallo, ich bin Ariane. Ja, ja, ja. Ja, ja. Äh, haha. Ja. Das war sehr lustig. Dann drehen wir ihren Pum. Ja. Tschinididududu. Ja. Ja. Okay. Ein freundes Gentleman. Donner Guest. Aber in der Zeit. Ähm, was machen wir jetzt? Wir machen das jetzt nochmal. Ne? Wir machen nochmal die Romantic Playlist. Und jetzt gehen wir woanders hin. Okay, das ist genug vom Pum. Ja. Ja. Lass uns in die Küche gehen. Lass uns in den Garten gehen. Lass uns auf die Couch gehen. Komm, wir gehen spazieren. Komm, wir gehen zum... Komm, wir gehen in ein Schlafzimmer. Äh, noch ein bisschen mehr, Tansi. Let's go out for dinner. Let's go for a walk. Oh, da ist ein Park hier. We can go. Da ist ein Park und da können wir jetzt hingehen. Follow me to the park. Da ist ein Spielplatz und ein Basketballplatz und mein Po. Dieser Park ist sehr ruhig. Ja, natürlich ist er ruhig in der Nacht. Was sollen die Kinder da jetzt? Gehen wir hinterher? Das sind... Ja, egal. Ähm. Äh. Da, 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 da. Give her a push. Take the other swing. Wir sind mal erstmal vorsichtig. Die Ariane, da muss ich aufpassen. Hui! I remember the... Okay, Entschuldigung. Als ich ein Kind war, habe ich das immer gemacht. Mein Arsch. Äh. The monkey was of another favorite. Ja. Okay. Ich habe, äh, eine Menge Gymnastik gemacht hier in der Highschool. Ich zeige jetzt, dass ich das auch kann. Oh. Oh, das sieht lustig aus. Ich sollte das auch versuchen. Ähm, kannst du mir noch einige... Kannst du mir noch ein paar mehr von deinen Gymnastik-Skills zeigen? Ja. Hä? Hä? Warum zieht die denn jetzt ihre Hose aus? Warum zieht die denn ihre Hose aus? Okay, weil die Jeanshose, wo sie eng ist. In einem öffentlichen Platz sieht man dann erstmal sich bis zur Unterhose aus und hat erstmal eine schöne Camel-Toe. Ah. Ich werde meine Schuhe, meine Jeans ausziehen, damit ich dir meine alten Skills zeigen kann. Ja, ist in Ordnung. Hui. Boah, das ist voll toll, Ariane. Mach weiter. Hier, ich kann jetzt meine alten Moves. Ne, warte. Ich kann auf jeden Fall immer noch meine alten Moves. Ich versuche jetzt was Härteres. Dich. Nein. Ah, ich kann es immer noch. Hui. Oh, Ariane. Oh, oh, guck mal. Ich applaudiere wirklich. Super. Ja. Jetzt ziehe ich meine Hose wieder an. Okay. Let's see what... Nein, 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 nein. Die Nacht ist noch jung und wir sollten ein bisschen Spaß haben. Was soll wir als nächstes tun? Ja. Wuhu. Oh, come on. Ich mag die Ariane nicht. Voll cool. Ja, ich schelte das Wüttchen da. Boah, Ariane. Sollte ich sogar wirklich nicht so da rein, ne? Okay, jetzt geht's. Sollen wir auf die Couch? Sollen wir... Wir gehen mal hier. Backyard. Okay. Okay, äh... Uh, uh. Have a barbecue steak dinner. Check out the telescope. Get into the hot tub. Ich glaube, das will sie noch, ne? Change into a... Das mache ich jetzt. Swimming sounds like fun. I have a bikini. You will love. Ah, ich habe ein Bikini. Du wirst ihn voll mögen. Äh, wir können jetzt ins Schlafzimmer folgen. Das machen wir natürlich nicht. Wir warten jetzt im... Ich möchte nicht, dass das Spiel schon vorbei ist. Wir warten jetzt im Flur. Oh. Wow, das ist ein toller Bikini. Ah, meinst du, da wäre es nicht so? Äh, ja. Lass uns rausgehen. Hui. Das war ja einfach. Ah, das ist so nett. I love a lake swim. Ah, ich mag das hier so spät nachts rumzuschwimmen. Swim some more. Try to untie her Bikini. Nein, wir schwimmen erst noch mehr. Ich muss aufpassen. Äh, ja, wir können jetzt ein Rennen machen. Wir können noch ein bisschen mehr schwimmen. Und wir können aus dem... Nein. Nein. Wir machen jetzt wirklich ein Rennen. The race is like fun. Okay. Ja, lass uns das machen. Wir gucken jetzt, äh, race under water, holding your breath. Okay, sie möchte unter Wasser schwimmen und die Luft dabei anhalten. Nippel. So, das, äh... First one to do a lap underwear without taking breath wins. Okay. Äh, underwater, nicht underwear. Das ist zur Hölle. Okay. Da führe ich mich drüber. Ach so. Go! Hä? Achso! Nein! Ich muss da oben! Ariane gewinnt! Ja, wir müssen die gewinnen lassen, damit die... Das war... Ja, wir müssen jetzt raus. Ja! Ey, guck mal. Ach, das ist ihr Schatten. Ich dachte, das wäre unser Schatten. Unser kleines Schwimmen hier. Unser kleines Wetter war total toll. Können wir das später nochmal machen? Ja, vielleicht. Ich werde jetzt meine Haare trocknen. It won't take but a moment. Das geht aber schnell bei ihr. Bei mir dauert das immer ewig. Okay. Ja, so hat sie die Haare jetzt geföhnt. Und den Bikini noch an. Und so haben wir jetzt ein Barbecue-Steak-Dinner. Oder wir gucken durchs Teleskop. Wir gucken mal durchs Teleskop. Zeig mir mal dein Teleskop, Ariane. Jetzt müsste sie einen Penis rausnehmen. Das ist ja witzig. Nein, äh... Das ist ein Teleskop. Ja, das habe ich gesagt. Ja, mein Dad hat es mir geschenkt. Meine Astronomie-Phase. Wow, nice. Kann ich auch mal gucken? Ja, er wollte einen großen Mond. Oh, scheiße. Ich weiß jetzt gar nicht... Oh, jetzt ist es aber doof. Das finde ich doof. Mist. Was? Was? Verdammt, ist das peinlich. Ähm, ich werde das rausschneiden. Ich werde das nicht rausschneiden. Ähm, aber Apollo... Es gab doch nur eine... Äh, ist egal. Okay. Äh, have a barbecue, Steak-Dinner, get into the hot. Ah, guck mal, jetzt hat er schon Bikini an. Jetzt können wir ins Hot Tub gehen. Not right now. That's my place to relax. Okay. Äh, ich möchte... Ich möchte reingehen. Ja, das ist total schön hier. Ich werde auf jeden Fall... Ihr musst dich waschen, weil es ja gerade im Pool Wasser war. Wir können hier jetzt ins Badezimmer folgen. Oder wir warten ganz höflich im Flur. So. Oh. Sind wir schon soweit? Ähm, ja, ich habe jetzt auf jeden Fall Hunger. Und weil wir noch nichts gegessen haben, sollten wir, äh, rausgehen zu einem Dinner. Die vertraut den Typen aber sofort, ne? Äh, schau auf und get dressed. We are going to hit the town. Ach, das hat sie. Okay. Jetzt fährt das gleich an. Äh, let's go out for dinner and driving. Okay, Ariane fährt. I call shotgun? Was? Ach so. Äh. Ernsthaft jetzt, Typ. Dahin. Okay, Ariane möchte zu einem Burger laden, der, äh, so ähnlich ist wie Hooters. Und, äh, die haben halt total tolle Burger. Und er sagt, jo, ja, können wir machen. Das ist ein interessantes... Ja, es ist ein sehr interessantes Konzept, so für so ein Dinner. Einfach oben ohne und dann hat die das Schild jetzt davor. Was? Drive in? Was? Was? Warum nicht umgedreht? Okay, was kann ich euch bringen? Bruste. Nein, äh, ein Cheeseburger, äh, Pommes und eine Cola. Ja, ich... Ach so, das bin ich. Ja, ich nehme einen Doppel-Cheeseburger, Chips und ein Bier. Hä? Hä, wieso soll ich denn schwimmen? Das ist voll... Oh, okay, das ist ein Bug. Okay. Ähm. Natürlich bezahlen wir alles. Ja, beharrt den Rest. Süße. Dankeschön. Ja, okay. Das ist mies... Oh, wer ist der Typ da im Hintergrund gewesen? Ähm. Wir können jetzt ein Kompliment machen oder mit ihr reden. Oder ein Dinner... Oder unser Dinner ist. Wir machen ihr mal ein Kompliment. You would look good. Guck mal, kurz bevor die sie reinbeißt. Oh man, hier. Mhm. Iva... Was? You seem too classy for a place like this. You're so pretty. Was ist, wenn der Place ihr gehört? Was ist, wenn ihr den Place opent? Nein, nein. Okay, wir machen einfach mal das hier. Du siehst viel zu classy aus für so einen Platz hier. Für so einen Burger-Rest. Ihr seht ja eigentlich meine Maus. Seht ihr das hier gerade links bei den Typen am Hintern so? Mach. Es ist da wirklich in einer ganz komischen Position, dass ich wirklich nur so... Okay. Ja, danke. Ich hab dich nur hier hingebracht, weil du so billig aussiehst und ich wollte, wenn der Burger ist. Nein. Äh. Also, wir, ne? Ähm. Ja, es ist sehr billig. Steht er wirklich? Und, äh, hier in der Nähe von meinem Haus. Ja, dann werden wir mit ihr reden und den Hintergrund weiter beachten. Äh, wir sollten... Oh, ich hab' einen Tag. Ich hab' einen Tag. Wir sollten miteinander reden, sodass wir uns... Also, wir sollten uns besser kennenlernen. Äh, das haben wir schon. Ja, sie ist sehr sportlich. Sonst heißt es vielleicht, wir hätten ihm nicht zugehört. Äh, magst du es zu lesen? Das wissen wir ja endlich auch. Do you like watching movies? Do you like watching movies? Magst du es, Filme zu schauen? Ja, ja, Filme. Äh, was für Filme magst du denn? Äh, ich mag Comedies. Ich mag Drama. Comedies. Ich mag Comedy, Drama. Oder so kleine Independent-Filme. Oder ich, äh, ja, ich guck mir meistens zu Erwachsenen-Filme an. So Porno, weißt du? Porno. Ähm. Äh, ja, ich würd' mal sagen... Comedy. Jo. So. I get it. You want to comedy? Ja, ich glaub', du machst Comedy-Filme. Ja. Ah, sie guckt also auch ab und zu gerne Comedy. Oh, wir geben ihr wieder ein Kompliment. Und, äh, scheiße. Du bist so hübsch. Ich kann meine Augen nicht von dir... Also, ich kann meine Augen nicht von dir abwenden. Ja. Ja, hab ich gemerkt. Das ist mir langsam ein bisschen komisch. Scheiße. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid. Ähm, eat dinner. Okay, danke für das, äh, dinner. I'm ready to eat the... Ah, jetzt können wir auf jeden Fall in die Stadt gehen. Jetzt hab ich keinen Hunger mehr. Dieser Typ mit den Arsch im Hintergrund. Okay, you know, this town is better than I do. Take me to somewhere else. Du kennst diese Stadt besser, als ich sie kenne. Der Hintergrund hat die Bilder, oh Gott. Ähm, dann, äh, sag du mal, wo es hier lang geht. Wo wir hingehen als nächstes. Hm. Ja, downtown geht's. Okay. Hört sich gut an. Ja, das Dinner war so ein bisschen stale. Was ist das denn immer stale? Hm. You should try the art museum for the first class. Wir sollten auf jeden Fall... Ich hab einen Fremden zu mir nach Hause eingeladen, den ich überhaupt gar nicht kenne. Bin halb nackvoll rumgehüpft. Aber jetzt müssen wir auf jeden Fall ins Kunstmuseum. Ja. Du fährst. Du sagst, was lang geht. Ah, ja. Ah, das Kunstmuseum. Ich zieh meine Hose aus. Da kann ich ein paar Übungen hier machen. Das sollte Fun machen. Ähm. Hm. Oh nein. Nein, ich hab mit Kunst auch nichts abgeholt. Scheibendreck verflucht da. Das ist, äh... Ja, ist auf jeden Fall hier. Oh Gott. Gott sei Dank. Ich wusste das natürlich, denn ich habe nicht Kunst studiert. Ja. Amelie. Mist, den Film hab ich wirklich nicht gesehen. Hätte ich den gesehen, hätte ich das gewusst. Hab ich aber auch so. Okay. Ja, ja. Wer hat das gemalt? Verdammt, das ist bestimmt total bekannt. Ah! Verdammt. Es tut mir leid. Ich kenn mich mit Kunst nicht aus. Ich kenn mich mit Kunst überhaupt gar nicht aus. Und offensichtlich auch nicht mit der Mondmission. Verdammt. Okay. Ähm. Ein Renaissance-Rocks-Peter. Ja, sag ich, das ist das hier. Ja. Gut. Ja. 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 Das ist der verfehlte Antrag. Ist er in Deutschland? Hmhm. Aber wo war er geboren? Äh, Mann. Verdammt. Und jetzt daran scheitere ich jetzt. Oh Gott! Salvador Dali! Nein! Ah, Salvador Dali war der mit den Uhren. Oh, verdammt. Das hatte ich sogar. Das hatte ich sogar nicht. Das war der mit diesen geschmolzenen Uhren. Dieser. Der hat echt interessante und auch ein paar kranke Sachen gemacht. Verdammt. Und das ist aus Elfenlied. Ich hab mich da auch mal erkundigt. Also das ist nicht aus Elfenlied. Elfenlied. Anime hat's dann. Naja, egal. Ich möchte mich jetzt gar nicht rechtfertigen. Aber ein bisschen schäme ich mich doch. Okay. Och, Mann. Ist jetzt auch mal gut. Das ist wieder ein Rembrandt. Keine Ahnung. Wo war sie? ABCDE! Ist das richtig? Aha. Wow. Ja. Ne, leider nicht Ariane. Tut mir leid. Aber dieser Hintern im Hintergrund, der ist mein Ding. Boah, was für ein Arsch! Tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Das ist natürlich... Das ärgert mich natürlich total. So. Ja, ist das Museum. Ja, lass lass uns woanders hingehen. Hui! Okay, sollen wir zum Unterwäsche-Shop? Sollen wir in den Nightclub? Nightclub? Sollen wir in den Dress-Shop? Sollen wir in den Klamotten laden? Oder zurück zu ihrem Haus? Okay, hör zu. Dress-Shop, um mir was Schickes zu kaufen für den Nightclub. Ja? Ja. Okay. Pick two items from the tour of rags. Okay, wir sollen hier zwei Sachen aussuchen. Und sie wird die Sachen anprobieren. Find me a top and a button that match you win. Okay, das müsste ich ja eigentlich hinkriegen. Ein Oberteil und ein Unterteil wäre sie. Select the first item. Ich sehe total viel. You handed me a blue skirt. Ich sehe hier kein... Natürlich matchen die. Aber Ariane, was soll ich denn machen? Guck mal, hier ist überhaupt gar kein Rock. Wo hast du hier ein Rock gesehen? Ich meine... Okay, warte. Ich nehme rot. Purple top. Okay. Was ist das jetzt hier wieder? Äh. Oh. Ich habe mir zwei Tops gegeben. Es war alles voller Tops. Das ist ja das Blöde. Und auf einmal stand es wieder... Ja. Ich bin... Jetzt ist man natürlich rausgeworfen worden. Weil, äh, hier... Du hast mir zwei Tops gegeben. Guck mal, jetzt bin ich nackt. Das ist deine Schuld. Und jetzt wurden wir rausgeworfen, weil sie ihre Boops geflasht hat. Schön. Ja. Danke fürs Versuchen. Jetzt gehen wir zu meinem... Jetzt gehen wir wieder nach Hause. Ah, nee, doch nicht. Ah. Da vorne ist ein Freizeitpark. Sollen wir da hingehen? Ja. Ah, okay. Das war ich... Entschuldigung. Ah, was war das denn jetzt gerade? Ist das denn mit Spielen? Oder spiele ich hier schon wieder? Oh Gott. Ich glaube, es gibt auch ein paar Runden, oder? Oder werdet ihr vielleicht noch einmal spielen? Vielleicht werdet ihr das jetzt durchspielen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich schon Boops gesehen. Ich. Und ihr leider nicht. Da hast du mir was Tolles für einen Fall. Das tut mir wirklich leid. Entschuldigung, aber... Was soll ich machen? Das hat YouTube. Äh, ready to go and survive. Sollen wir ein paar der Abtrektionen besuchen? Ja, lass uns bitte Achterbahn anfangen. Ja. Hui. Ich bin ein Fan von Achterbahnen. Aber, äh, die mit den, die aus Holz sind, die können wirklich krass sein. Und deswegen sitzen wir auch gerade in einem Riesenrad, während im Hintergrund die Achterbahn zu sehen ist. Ja, das ist auf jeden Fall auch ganz cool. Ja, ja, ja. Äh, are you sure you want to eat that? Äh, bist du sicher, dass ich das essen will jetzt? Oh, das erinnert mich jetzt gerade an Let's Plays in Rome, muss ich sagen. Irgendwie an sich ist es auch eher ein Spiel für ihn. Ich soll das ja mal empfiehen. Ähm. Hey, was ist ein Visitor für den Müslim-Tag, oder? Also, ja, was ist denn, man muss doch in Freizeitpark, muss man auf jeden Fall einen Hotdog essen. Ja, du solltest, äh, auf jeden Fall, äh, danach mit den Tilt-A-Wilfing-Legs, äh, da, ja, okay. Ja, lasst mich einfach nur meinen Hotdog essen. Wuii! Ja, auf jeden Fall ist sie doch jetzt wieder glücklich, oder? Jetzt fällt das Oberteil bestimmt ab. Ja. Oh, mir wird schlecht, verdammt. Also, es ist total cool, aber nach fünf Minuten, äh, fühle ich mich, äh, total, wird mir total schwindelig. Uh, ich glaube, ich sollte diesen Hotdog nicht auf. Wieso habe ich den Hotdog nur gegessen? Bitte bring mich nach Hause, ich muss kotzen. Okay. Äh. Danke, das hat total viel Spaß gemacht. Mhm, mhm, mhm. Ich habe also eine Fünf bekommen. Okay, say goodnight, kiss her goodnight. Bitte kotze mich an, Ariane. You kiss her goodnight. Wir haben sie geküsst. Tschüss, ja. Ruf mich immer an, ich gehe jetzt kotzen. Wir haben den ersten Kuss. Und, und es wurde schwindelig. Und sie hat ohne Hose da ihre Gymnastik gemacht. Ja. Ja, das war die Folge, die erste Folge von Date Ariane. Und ich werde jetzt gleich direkt noch eine aufnehmen, weil ich ganz Lust darauf habe. Also, wir sehen uns gleich wieder. Äh, nee, warte mal, Quatsch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich kann das noch nie wirklich mit den Folgen. Ich mache das jetzt nur ab und zu. Hier kann ich es gut machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die knacken wir noch. Bye, bye.